Algenfilter oder auch Algenrefugien genannt, erfreuen sich in den letzten Jahren wieder immer mehr Aufweißungkeit und Beliebtheit. Ein Algenrefugium kann eine interessante Alternative zu herkömmlichen Filtermethoden oder sogar eine sinnvolle Ergänzung darstellen. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit einer interessanten Möglichkeit, ein Meerwasser-Aquarium zu filtern und zwar dem Algenrefugium. Deshalb betrachten wir in der 253. Folge des Aquacura Meerwasser-Gern-Podcasts dieses Filtersystem einmal genauer. Mein Name ist Markus Mahl und ich begrüße dich herzlich zu dieser neuen Folge. Ich bin Inhofer und Geschäftsführer der Aquarium West GmbH aus München, mit der ich seit über 20 Jahren Premium-Meerwasser-Aquarium-Bauern und Pflege. Im Moment führen wir ca. 2000 professionelle Aquarienwartungen im Jahr durch. In diesem Podcast, meinem Amazon-Bestsellerbuch, Meerwasser-Aquarium, Aquarium-Bauern wie die Profis, meinem Hörbuch, meinem Blog, gebe ich alles an dich weiter, was ich so in meinem Berufsalltag erlebe und täglich neu dazulerne. Den Link zu meinem Buch bzw. Hörbuch befindest du wie immer in der Podcast-Beschreibung. Diese Folge enthält Werbung aufgrund von Namensnennungen. Vor knapp einem Jahr habe ich meinen Online-Shop www.aquacura.de gestartet, in dem wir alle Pflegeprodukte, die wir bei unseren Professoren in den Aquarienwartungen verwenden, anbieten. Wenn dich meine hochwertigen Pflegeprodukte für Meerwasser-Aquarien interessieren, schau gerne meinen Shop vorbei. Den Link findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Und nun zurück zum Thema. Wie bei fast allen gängigen Filtermethoden wird auch für das Algenrefugium, wenn man es vernünftig betreiben möchte, ein eigenes, das heißt entsprechend großes Technikbecken benötigt. Auf dem Markt sind zwar auch sogenannte Hang-On-Lösungen oder auch beleuchtete Filtersäulen erhältlich, die mit Algen bestickt werden können. Für meinen Geschmack sind diese Modelle jedoch aufgrund ihrer sehr geringen Größe nicht besonders empfehlenswert. Das Algenrefugium ist eine sehr effektive Filtermethode, die auf einer ökologischen Basis funktioniert. Und es kann erst dann seine Vorteile richtig ausspielen, wenn es über eine vernünftige Größe verfügt. Schauen wir uns deshalb mal an, wie ein Algenrefugium aufgebaut ist, wie es funktioniert. Beginnen wir mit der Variante, bei der das Algenrefugium das einzige Filter-Element darstellt. Bei dieser Methode wird das für das Algenrefugium verwendete Filterbecken meistens in vier Kammern eingeteilt. Die erste Kammer dient lediglich als Einlaufkammer, in der aus vom Aquarium kommende Wasser in das Algenrefugium einläuft. Diese Kammer wird in der Regel mit kleinem Brocken, Lebengestein oder Biowellen befüllt. In der zweiten Kammer wird der Filterschlamm und die Algen eingebracht. In dieser Kammer findet der Schadstoffabbau statt. Idealerweise ist dort eine Schlammschicht mit einer Höhe von 3-5 cm eingebracht. Als Algen werden hier oft besonders Kalerpa-Taxifolia empfohlen. Diese werden in den Filterschlamm eingesetzt und beginnen bereits nach kürzerster Zeit zu wachsen. Durch das Wachstum entziehen die Kalerpas den durchströmten Aquarienwasser, Nitrat und Phosphat und reichern es zudem mit dem bei der Photosynthese entstehenden Sauerstoff an. Damit die Algen wachsen können, muss das Filterbecken mindestens täglich 12 Stunden beleuchtet werden. Bei der Beleuchtungsdauer gibt es verschiedene Meinungen und Ansätze. In manchen Fällen wird das Algenrefugium deutlich länger, d.h. 20-24 Stunden am Tag beleuchtet. Wenn du eine Beleuchtungsdauer von 12 Stunden wählst, ist es ideal, dass du dein Algenrefugium antizyklisch beleuchtest. Das bedeutet, dass wenn die Beleuchtung in deinem Meerwasser-Aquarium aus ist, du dein Algenrefugium beleuchtest. Dadurch erreichst du einen stabileren pH-Wert, da deine Fische und Korallen in der Dunkelphase Kohlendioxid ausscheiden, was dazu führt, dass der pH-Wert nach unten abfällt. Durch die antizyklische Beleuchtung des Algenrefugiums entziehen die Kalerpas dem Aquarienwasser Kohlendioxid und geben zudem Sauerstoff an das Aquarienwasser ab. Dadurch wird der pH-Wert deutlich stabiler und es treten keine so großen pH-Schwankungen zwischen der Hell- und Dunkelphase in deinem Meerwasserbecken auf. Die Algen lagern das entnommene Nitrat und Phosphat in der Gewebe ein. Damit dieses System dauerhaft funktioniert, müssen die Algen regelmäßig geerntet werden. Das bedeutet, dass die Kalerpas in regelmäßigen Abständen alle ein bis zwei Wochen bei normalem Wachstum zurückgeschnitten werden müssen. Durch den Rückschnitt der Kalerpas wird der Wachstum beschleunigt. Dieser Rückschnitt kann auch teilweise wieder an algenfressende Fische, wie zum Beispiel Dr. Fische, verfüttert werden. Dadurch, dass Nitrat und Phosphat von den Kalerpas aus dem Aquarienwasser entzogen wird, kann so auch die unkontrollierte Ausbreitung von Fadenalgen oder anderen Algen unterbunden werden. Ein weiterer Vorteil eines solchen Algenrefugiums ist, dass sich dort Kleinstlebewesen, die für einen reibungslosen Ablauf deines Meerwasseraquariums mitverantwortlich sind, optimal vermehren können, da sie dort optimale Bedingungen vorfinden und keinen Fraßdruck von Fischen ausgeliefert sind. Diese Art des Algenrefugiums hat aber auch einen großen Nachteil bzw. kann auch eine große Gefahr davon ausgehen. Denn manchmal kommt es vor, dass die Kalerpas plötzlich und unerwartet absterben und dann schlagartig große Mengen an Nitrat und Phosphat unkontrolliert in das Wasser abgegeben werden. Diese Fälle sind zwar sehr selten, jedoch sollte sich jeder darüber bewusst sein, der bei einem Meerwasser-Aquarium und einem Algenrefugium nachdenkt bzw. eines hat. Deshalb kann eine sinnvolle Alternative anstelle der Kalerpa taxifolia die Drahtalge sein. Diese Alge ist deutlich haltbarer, nicht so empfindlich und vermehrt sich zudem noch schneller und besser. Schauen wir uns noch an, wie die restlichen beiden Kammern des Filterbeckens aufgebaut sind. Die dritte Kammer des Filterbeckens ist wieder nur mit kleinen Brocken Lehmgestein oder Biobällen gefüllt und in der vierten Kammer befindet sich lediglich die Förderpumpe, die das gefilterte Wasser in das Aquarium zurückpumpt. Bei der Auswahl der Förderpumpe solltest du darauf achten, dass diese über eine ausreichende Förderleistung verfügt. Die Empfehlung der Hersteller von Filterschlamm lautet eine Förderleistung von 6- bis 10-fachen des Beckenvolumens pro Stunde. Manche Meerwasser-Aquarianer verzichten meinem Einsatz von einem Algenrefugium ganz bewusst auf einen Eiwassabschäumer. Das Argument hierfür ist, dass durch die Kalerpa genügend Sauerstoff in das Aquarienwasser eingebracht wird und deshalb ein Eiwassabschäumer nicht erforderlich ist. Für den Sauerstoffgeld kann das ja wohl zutreffen. Jedoch entzieht der Eiwassabschäumer auch Stoffe aus dem Wasser, die für Kalerpa einfach nicht greifbar sind. Deshalb würde ich immer zu einer Kombination aus beiden raten. Schauen wir uns nun noch die zweite Variante des Algenrefugiums an. Diese ist mein Favorit, da sie beide Methoden einer erfolgreichen Filterung ideal miteinander kombiniert. Und zwar die mechanische, das heißt die Filterung, die gezielt Schmutzpartikel, Schwebstoffe und so weiter dem Aquariumwasser entzieht, wie zum Beispiel Patronenfilter, Fließfilter und so weiter und der biologischen Filterung, dem Abbau von Nitrat und Phosphat durch die Algen. Auch bei dieser Variante empfehle ich die Verwendung der sehr robusten und einfach zu unterhaltenden Drahtalge. Doch wie kannst du beide Systeme jetzt sinnvoll miteinander verbinden? Wenn du am Anfang der Planung deines Technikbeckens stehst, ist logischerweise der beste Zeitpunkt dafür. Denn dann kannst du eine entsprechende Fläche deinem Technikbecken dafür einplanen. Wenn dein Technikbecken bereits in Betrieb ist, musst du wohl zwangsläufig mit der Fläche auskommen, die noch frei ist. Im Endeffekt ist es relativ simpel, ein Algenrefugium zu bauen. Wenn du dein Technikbecken neu baust, kannst du dir hierfür eine entsprechend große Kammer einkleben, in der du dann die Algen erhälterst oder du setzt einen zusätzlichen Behälter in das Technikbecken ein, in dem sich die Algen befinden. Und wenn ich auf ein anderes System umstellen möchte, den Behälter einfach wieder herausnehmen kann und wieder die volle Fläche im Technikbecken zur Verfügung habe. Wenn du Drahtalgen verwendest, benötigst du keinen Bodengrund, wie eingangs bei der Hälterung von Caulerpa Taxifolia beschrieben. Du kannst aber auch bei sämtlichen Caulerpa-Arten anstelle von Schlammböden auch Lebengesteinsbrocken als Siedlungsfläche für Algen verwenden. Auch das klappt hervorragend. Eine besonders reizvolle Alternative, finde ich, ist, wenn man nicht nur eine Algenart, sondern verschiedene Algenarten im Algenrefugium verwendet, da jede Algenart für sich eine etwas andere Wirkung auf das Aquarienwasser hat. Wenn du ein Algenrefugium zusätzlich zu einer bereits vorhandenen Filtertechnik einsetzen möchtest, kann ich dir auch hier nur zu einer antizyklischen Beleuchtung, wie bereits am Anfang erwähnt, raten. Dadurch kannst du alle Vorteile, die dir ein Algenrefugium bietet, optimal für dich nutzen. Noch ein kleiner Hinweis zur optimalen Beleuchtung von Algenrefugien. Hier gibt es wirklich Sinn, in eine vernünftige LED zu investieren, deren Lichtspektrum perfekt auf die Bedürfnisse von höheren Algen abgestimmt ist. Denn je besser das Licht, umso besser wachsen deine höheren Algen und umso größer ist dein Nutzen aus einem Algenrefugium. Der Fachhandel bietet hier inzwischen eine gute Auswahl an entsprechenden LEDs. Lass uns zum Schluss noch ein Fazit ziehen. Ein Algenrefugium ist eine sehr gute Methode, um ein Meerwasser-Aquarium zu filtern, beziehungsweise eine zusätzliche Methode zu mechanischen Filtersystemen. Du unterbindest hier nicht nur pH-Wertschwankungen über Nacht, sondern versorgst auch dein Aquarium noch mit Kleinstlebewesen, die sich sonst nirgends bilden können wie in einem Algenrefugium. So, das war's wieder für diese Woche. Ich hoffe, du konntest wieder einige wichtige Informationen für dich gewinnen und freue mich, wenn du auch die nächste Woche wieder mit dabei bist. Das Team von Aquacura und ich wünsche dir nun einen guten Start in die neue Woche. Dein Markus Mahl. Dein Markus Mahl. remotely Vielen Dank.